Steffen Robert Macht ist ein US-amerikanischer Schauspieler. Leben, Macht wuchs in Brooklyn und New London County, Connecticut auf. Er studierte Schauspiel an der Tufts University und schloss sein Studium 1967 mit dem Master ab. 1970 erhielt er an der Indiana University den Doktorgrad in Theatergeschichte und Literatur. Zudem besuchte er die London Academy of Music and Träumatic Art. Bis 1975 lehrte er Schauspiel und trat in Theaterproduktionen auf, unter anderem auf dem Stratford Shakespeare Festival. Dann erhielt er einen Filmvertrag bei den Universal Studios. In der Folge hatte er Gastauftritte in den Fernsehserien Kojak Einsatz in Manhattan, Serpico und Quincy und hatte eine größere Nebenrolle in Robert Eiltrichs Kriminalfilm Die Kurknaben. 1980 spielte er die Hauptrolle im Low Budget Science Fiction Film Galaxina. Zwischen 1982 und 1983 spielte er in der Seifenoper Unter der Sonne Kaliforniens die Rolle des Joe Cooper und von 1985 bis 1988 hatte er die wiederkehrende Gastrolle des David Keeler in Keckney und Lacey. Neben seinen Fernsehauftritten hatte er auch immer wieder Filmauftritte, unter anderem in Stephen Kings Nachtschicht, Tod in einer Sommernacht und Agendrin ein tödlicher Auftrag. 2003 stellte er im Auf den Terroranschlägen am 11. September 2001 basierenden Politthriller DC 9-11, Time of Crisis Paul Wolfowitz dar. Von 2007 bis 2009 war er in 164 Episoden der Serie General Hospital als Treivor Lansing zu sehen. Steffen Macht ist seit 1964 verheiratet und hat vier Kinder, darunter der Schauspieler Gabriel Macht. Filmografie 1976 Kojek-Einsatz in Manhattan 1976 Serpico 1977 Die Kurknaben 1977 Quincy 1980 Galaxina 1982 Unter der Sonne Kaliforniens 1984 Samson und der Leile 1985 Argentin mit Herz 1985 Polizeirevier Hill Street 1985 Mord ist ihr Hobby 1985 zu 1988 Keckney und Lacey 1986 Alfred Hitchcock Presence 1986 Hotel 1989 Kolumbo 1989 Heila, Heila, die Bufens sind da 1990 Nachtschicht 1992 Amityville Face of Terror 1993 Star Trek Deep Space Nine 1995 Babylon 5 1996 Melrose Place 1998 Millennium Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst 1998 Tod in einer Sommernacht 1998 Walker Walker Texas Ranger 1998 Jack im Auftrag der Irre 1998 Sliders das Tor in eine fremde Dimension 1999 Prägt es die Anwälte 2000 Agendrin ein tödlicher Auftrag 2003 Boston Public 2003 DC 9 Elftel Time of Crisis 2007 zu 2009 General Hospital 2014 zu 2015 Suits 2 2 2 1 2 3 4